Yo Leute, was geht? Hier ist Basti von Zombies Germany mit einem kleinen Informationsvideo und zwar diesmal zum nächsten Call of Duty. Falls ich mich noch ein bisschen komisch anhöre, das ist, weil ich noch was erkältet bin, aber ist ja auch egal. So, also zum nächsten Call of Duty. Das müsste ja, wenn es nach dem alten Schema gehen würde, wieder ein Spiel von Treyarch sein mit Zombie-Modus drin. Also dann wahrscheinlich Black Ops 3 oder halt ein anderes COD von Treyarch. Aber das war ja noch nicht klar, weil es ja noch einen dritten Entwickler jetzt gab, der dazu gekommen ist. Ich glaube, das war Sledgehammer Games und das wäre dann noch blöder für die Zombie-Fans, dass man dann drei Jahre warten muss. Aber jetzt seht ihr hier gerade schon das offizielle Twitter von Sergeant Frank Woods. Das ist der Charakter aus Call of Duty, Black Ops 1 und 2. Seht ihr schon, das ist halt das offizielle Twitter von dem. Und der hat letztens vor ein, zwei Tagen, hat der was gepostet und zwar seht ihr das hier. Hashtag Black Ops 2, next COD, what will tomorrow bring? Also was wird morgen bringen? Damit ist es eigentlich schon fast bestätigt, außer es hat sich jemand in den Account reingehackt, was ich aber nicht hoffe. Also wenn das wirklich von dem ist, das wird halt nach zwei Minuten direkt wieder gelöscht, wahrscheinlich dann von Treyarch. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass es Black Ops 3 das nächste COD ist. Bald fängt ja auch die Promo-Phase wieder an. Und wenn weitere Informationen dazu draußen sind, auf meinem Kanal müsst ihr einfach nur kurz nachgucken. Dann braucht ihr es nicht in die Kommentare schreiben, dass es doch nicht Black Ops 3 ist oder dass es auf jeden Fall stimmt. Dann werde ich das auch schon wissen. Ist jetzt halt nur auf dem aktuellen Stand. Wenn Black Ops 3 das nächste COD wird, freue ich mich auf jeden Fall. Dann gibt es endlich wieder Zombie-Modus und geile neue Maps und nicht noch ein Jahr länger warten, das wäre richtig scheiße. Also Black Ops 3 wird hoffentlich das nächste COD oder sehr wahrscheinlich, so wie es aussieht. Guckt sonst auf dem Kanal vorbei, da werden weitere Informationen sein, wenn ihr das Video ein bisschen später guckt. Also wir hören uns beim nächsten Mal, haut rein! Outro